Durch die vielen Autos auf der Straße gelangen viele Schadstoffe in die Luft, vor allem CO2. Auch Flugzeuge produzieren CO2. Der Bus ist gut für die Umwelt, weil viele Menschen da reinpassen. Am besten ist es, wenn man zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt. Untertitelung des ZDF, 2020